So Leute, heute ist es wieder soweit. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein neues Platin-Projekt-Update. Das letzte ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Also ich glaube, das war irgendwie Mitte Mai, Anfang Mai, irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, seitdem ist wieder das ein oder andere Game dazugekommen. Das erste, was jetzt da auf der Liste ist, ist Breakfast. Das war ja entweder im Mai oder im April in PlayStation Plus, also das PS5 Remaster. Das habe ich dann auch gespielt und ich dachte mir eigentlich auch so, ja, die PS4-Version holst du dir eigentlich nicht mehr, weil warum für eine schlechtere Version nochmal Geld ausgeben, wenn ich die PS5-Version eh gratis habe. Und ich meine, die PS5-Version lief halt in 60 FPS, die PS4-Version in 30, auch über Backwards-Compatibility. Und Rennspiel in 30 FPS ist schon so eine Sache. Hust, Need for Speed, Hust. Aber eine Freundin, die hat Breakfast auf Disc gehabt und hat mir das dann ausgeliehen. Deswegen habe ich Breakfast dann auf PS4 später auch nochmal gemacht. Fand ich jetzt relativ spaßig. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, also weil viele Leute das als so spaßig und toll beschrieben haben, also so übertrieben berauschen fand ich es jetzt nicht. Also es war halt für ein Plus-Game ganz nice und Platin dauert, keine Ahnung, 15 Stunden. War okay und es war optisch und vor allem halt dann auch mit 60 FPS eigentlich ganz nett auf der PS5. Man muss halt am Ende ein bisschen unnötig XP grinden. Da gab es mehrere Methoden. Die langsamere, aber ein bisschen spaßigere Methode, da habe ich glaube ich auch Gameplay mal im Background eingebaut. Vielleicht nicht unbedingt jetzt an dem Punkt, aber keine Ahnung, sondern oder später im Video. Ich weiß jetzt noch nicht genau, in welcher Reihenfolge ich die Gameplays verwurste. Eventuell füge ich zum Füllen auch noch ein paar COD-Gameplays mit ein. Danach kam Terminator Resistance Enhanced, also das Remaster von Terminator Resistance. Ich meine, zu Terminator Resistance habe ich schon viel gesagt. Damals war für mich eine der Überraschungen aus 2019 auf PS4. Das Remaster hat dann erstmal irgendwie drei Wochen lang, ja habe ich es verschreichen lassen, ich war ultra, also gehypt nicht, aber hatte übelst Bock das nochmal zu spielen. Aber dann gingen halt ein oder zwei Trophäen nicht und deswegen habe ich es dann erstmal bei Release gar nicht gespielt. Und nach den Patches dann, das Einzige, was eigentlich, ich dachte halt wirklich, das Game hätte vorher, also das wäre jetzt 4K 60 FPS und es wären 30 FPS gewesen, dabei war das schon uncapped auf PS4. Nur lief das halt auf PS4 dann in, keine Ahnung, eher so 50 irgendwas, also nicht konstanten 60. Und die versprochenen 4K hat das Remaster auch nicht, das sind glaube ich 1800p. Aber das ist generell, also ich habe das Gefühl, False Advertising in der aktuellen Konsolengeneration ist da Standard, weil man gefühlt überall 4K liest, bei allem was mehr als 1080p sind. Also selbst wenn es nur 2K sind, sprich 1440p, reden die teilweise von 4K. Also das finde ich ziemlich frech eigentlich, aber ich meine, es funktioniert so Technik-Banausen, die sich auch keine Technik-Reviews oder so zu Games anschauen, die fallen da gerne dann bestimmt auch drauf rein, weil ich meine, man selbst ist ja eigentlich nicht in der Lage, die Pixel zu messen. So, dann direkt das nächste Spiel, und zwar Resident Evil 8, aka Resident Evil Village. Da war ich ja im Vorfeld am Hadern, ob ich mir das überhaupt hole, weil mich jetzt 7 nicht so vom Hocker gehauen hat, vor allem, also verglichen mit dem 2er und 3er Remake. Ich kann direkt vorab sagen, 8 ist auch nicht so gut wie das Remake von 2 und 3, aber für mich ist 8 besser als 7, würde es vielleicht auch den einen oder anderen schockieren, aber ich fand, also 7 ist halt in nichts irgendwie hervorgestochen, also ich fand es atmosphärisch und vom, in Anführungszeichen, Grusel nicht wild, obwohl ich ein ziemliches Weichei bin, was das angeht. Also da fand ich atmosphärisch Resident Evil 2 eine Milliarde mal besser, und 2 hatte auch noch besseres Gameplay, 2 hatte auch besseres Gameplay als 8, aber 8 hat wenigstens besseres Gameplay als 7. Das ist zwar auch null gruselig, aber es hat besseres Gameplay. Das Gameplay in 7 ist, oh, also das ist wirklich grausam gewesen mit, also ich als unsportlicher Mensch renne eine Million mal schneller als Ethan Winters. Das ist jetzt in 8 immer noch so, aber nicht ganz so extrem. Der Ethan, der hat scheinbar ein bisschen Cardiotraining gemacht und kann sich jetzt zumindest halbwegs vernünftig bewegen. Und, ja, wie gesagt, das macht dann auch irgendwo mehr Spaß, wenn man dann später für die späteren Playthroughs Infinite Ammo-Waffen anlocken kann als Infinite Kreissäge in 7, wo man dann die ganze Zeit nur Melee-Combat macht. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, und eigentlich der Gameplay-mäßig spaßigste Teil, auch wenn er natürlich, also das war im Prinzip das einzige Fordernde in dem Game, war der Mercenary-Mode, wo man in jedem Level ein S rankriegen musste. War auch nicht so wild, weil man halt nur S brauchte und nicht Doppel- oder Triple-S. Ich habe aber hier auch im Gameplay, im Background später, wo ich eigentlich so das ziemlich schwerste Level überhaupt auf Triple-S schaffe, weil ich da eigentlich einen ziemlich guten Run hatte mit einem extrem hohen Kombo. Und das war dann eigentlich auch ganz spaßig. Und ich muss auch sagen, ich habe es in dem Game null bereut, dass ich die PS4-Version Backwards-Compatible gespielt habe und nicht die PS5-Version. Klar, PS5-Version musste ich dann noch einen Story-Playthrough machen, aber nicht mehr Mercenaries und so, weil halt Teile der Stats übernommen wurden. Weil PS5-Version hat kaum einen Vorteil. Der einzige Vorteil wirklich, den die PS5 hat, ist Raytracing. Und Raytracing ist erstens nicht besonders effektiv implementiert. Also die Effekte sind nicht so krass, aber dafür hat man teilweise dann doch spürbare Performance-Drops. Sprich, man spielt, wenn man Wert auf eine stabile Performance legt, so wie ich, eh ohne Raytracing. Und dann ist es fast identisch wie der Quality-Mode auf PS4. Der läuft auf PS4 Pro nicht so gut, der Quality-Mode. Aber über die zusätzliche Power von der PS5 über Backwards-Compatibility läuft der Quality-Modus perfekt. Also Quality-Modus ist halt Checkerboard 4K und Uncapped-FPS. Was dann halt, wie gesagt, auf PS5 auch 60 non-stop sind. Und ja, die normale PS5-Version hat, glaube ich, statt Checkerboard 4K ein normales 4K. Aber der Unterschied ist eigentlich quasi kaum sichtbar. Das hat auch Digital Foundry gesagt, dass man den eigentlich faktisch nicht sieht. Für die Leute, die keine PS5 haben, da würde ich dann wahrscheinlich den Performance-Modus auf der PS4 spielen. Das sind dann 1080p bei 60 FPS. Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, dass so Games wie Resident Evil keine 60 FPS brauchen, weil sie nicht so schnell sind. Ja, aber dann würde ich das Game eher auf, keine Ahnung, weil 40 schafft das eigentlich immer. Dann würde ich das Game wahrscheinlich auf 40 FPS oder 30 FPS cappen. Aber nicht quasi eine Uncapped-Frame-Rate haben, die da die ganze Zeit zwischen 40 und 60 rauf und runter geht non-stop. Also, das ist wahrscheinlich nicht so angenehm auf PS4 dann. Ja, wie gesagt, sah jetzt nicht aus wie ein PS5-Titel, sah aus wie ein richtig guter PS4-Titel halt. Also, wie gesagt, PS4 und PS5 kein wirklich sichtbarer Unterschied. Dann hatte ich ja, ich weiß nicht, ob ich es in dem Video schon erwähnt hatte, aber ich hatte es zumindest in meinem Post bei Trophies.de erwähnt, habe ich mit der Hitman World of Assassination Trilogy angefangen. Da habe ich aber mittlerweile so einen Durchhänger, weil ich ja meine Etage hier renoviert habe und dann eine ganze Weile nicht zocken konnte. Und da war ich irgendwie raus und ich habe im Moment, ja, ich habe mir ja mittlerweile einen Fernseher zugelegt und spiele nicht mehr auf dem Monitor seit ein paar Wochen. Und dann sitze ich auch nicht mehr am Schreibtisch und dann immer auch mit Guides, da muss ich noch irgendwie eine Lösung finden, ob ich mal irgendwie meinen Laptop wieder reaktiviere, falls der es überhaupt noch tut. Weil mit dem Handy immer Video-Guides ist schon lästig. Ja, auf jeden Fall habe ich Hitman 1 komplett durchgezogen in Hitman 1 und Hitman 2, weil Hitman 1 komplett in Hitman 2 auch enthalten ist und man das nochmal spielen muss. Soweit habe ich gespielt und ich hatte, glaube ich, die erste Map von Hitman 2, Hawks Bay, fertig. Also mir fehlt jetzt quasi noch abzüglich einer Map komplett, Hitman 2 und dann halt noch Hitman 3. Und leider Hitman 1 und 2 haben ja keine Platin, Hitman 3 dann eine Doppelplatin mit PS4, PS5. Wird dann, denke ich mal, auch im Laufe des Jahres, denke ich mal, noch gemacht. Ja, was ich noch vorbereitet habe, da, also wie gesagt, in Anführungszeichen vorbereitet, weil ich da schon auf Equipment angewiesen bin, was ich nicht selbst habe, ist Blood & Truth. Das war so eine Langzeit, also was heißt, ja doch, ging so über ziemlich genau ein Jahr das Projekt, was ich mit einer Freundin von mir, die eine VR hat, immer gespielt habe. Also wenn wir uns getroffen haben, dann war ich entweder bei ihr und wir haben VR, Blood & Truth gespielt oder sie hat die VR mal mitgebracht zu mir und dann haben wir halt quasi immer alles auf beiden Accounts gemacht, also quasi sie auf ihrem Account gespielt, ich danach den gleichen Kram bei mir auf meinem Account gespielt. Und ich muss sagen, das ist das beste VR-Spiel von der, von den 5 bis 10 VR-Games, die ich bisher gespielt oder angezockt habe. Also das ist richtig, richtig gut. Ist, glaube ich, auch ein Sony-Exclusive, also das gibt es auch, glaube ich, gar nicht auf PC mit Oculus Rift oder so oder HTC Vive, oder wie ist das? HTC Vive? Da kam gar nicht drauf. Also das wäre wirklich so spaßig, das könnte man, glaube ich, sogar, wenn man das halt nicht auf Move-Mechaniken auslegt, das könnte man, glaube ich, sogar auch als normalen Ego-Shooter releasen, ohne VR. Dann hätte das so ein paar Hardline-Vibes. Also das hat mich eigentlich schon stark an Battlefield Hardline erinnert, an da die Polizisten-Singleplayer-Kampagne. Also, wie gesagt, das war vom Feeling richtig geil, grafisch auch top. Das ist, glaube ich, sogar das einzige PlayStation-VR-Game, was Backwards-Compatible-Enhancements hat. Wenn man mit diesem Adapter die PlayStation VR an die PS5 anschließt, dann läuft das, glaube ich, in 90 statt 60 FPS. Und ich meine, 60 FPS ist ja schon ein absolutes Minimum für VR, damit man nicht irgendwie Kopfschmerzen kriegt oder so. Ja, dann war mein Umbau. Dann habe ich die PlayStation Vita nochmal ausgekramt und abgestaubt und habe Formel 1 2011 gespielt auf der Vita. Das hatte ich mir auch schon vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder so gekauft. Und das war richtig spaßig. Also vom Content, der Weg zur Platin war mit eines der besten, wenn nicht sogar das beste Formel 1-Spiel. Klar, das war auch eher Simcade als Simulation. Ich meine, die jetzigen Formel 1-Spiele sind ja schon eher Simulationsracer mit ganz viel Schleudern etc. Selbst wenn man Fahrhilfen anhat, muss man aufpassen, wie man fährt. Das war halt eigentlich noch ziemlich arcadey im Vergleich. Und man musste da irgendwie, also man musste quasi so einen Challenge-Modus durchspielen, wo man quasi, was weiß ich, so Herausforderungen hat, wie überhole so und so viele Gegner in der und der Zeit, fahre über die Strecke und passiere die und die Tore. Also so Checkpoint-Events. Ja, und dann gab es halt noch einen Side-Farm-Modus. Das war das kniffligste eigentlich an der Platin, wenn man quasi die Gold-Side auf jeder Rennstrecke schlagen musste. War aber eigentlich dann auch ganz cool. Und da musste man halt noch ganz normal, ja, Weltmeisterschaften fahren. War ein bisschen unnötig, dass man dann irgendwie fünf fahren musste, beziehungsweise fünf gewinnen musste. Da hat man dann immer, sobald man quasi schon uneinholbar war von den Punkten, die ganze Zeit DNF gemacht, damit man die Saisons schneller rumkriegt. Sowas ist immer unnötig. Aber das haben die Formel-1-Spiele eh ganz gerne, irgendwelchen unnötigen Grind. Dann Star Wars Jedi Fallen Order, das gratis PS5-Upgrade. Habe ich mir mehr von oft. Also ich meine, das Game ist top, ganz klar. Also ich meine, aus der PS3-Ära fand ich jetzt zum Beispiel The Force Unleashed besser. Habe ich damals auch schon gesagt, brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Aber es ist letztendlich kaum besser als die PS4-Version Backwards-Compatible. Ich meine, ich habe die PS4-Version damals nur auf meiner Base PS4 in 1080p und 30fps gespielt. Also war das für mich schon ein Improvement. Aber wenn man die PS4-Version Backwards-Compatible spielt, hat man 1440p bei 60fps. Und jetzt mit ab und zu Frame-Drops. Die hat man, by the way, jetzt in der PS5-Version auch. Und in der PS5-Version kann man halt wählen zwischen 1440p bei 60fps und 4K bei 30. Ja, spielt man logischerweise 1440p bei 60fps. Sprich, ist genauso wie Backwards-Compatible. Der einzige Vorteil verglichen mit Backwards-Compatible, also mit der PS4-Version über Backwards-Compatibility, ist, dass die Ladezeiten besser sind. Das war das einzige Improvement. Man hätte auch Savegame importieren können, dann ist das irgendwie eine 2-Minuten-Platin. Aber mittlerweile nimmt mir das zu sehr überhand. Und deswegen habe ich das nicht gemacht und habe bewusst die Platin nochmal komplett von Anfang bis Ende durchgezogen. Und wie gesagt, macht auch Bock. Dann, ja, ein Game, was für viele auch einer der besten Shooter oder ein richtig guter Shooter aus der PS4-Ära war, war Doom 2016. Da hatte ich letztes Jahr schon mal die Multiplayer-Trophäen geholt, inklusive Map-Editor etc. Und habe mich dann jetzt mal an den Singleplayer herangesetzt und fand ich eigentlich auch ganz spaßig. Ich fand es nur für einen Ego-Shooter viel zu überladen an Collectibles. Man muss wirklich, also nicht nur Collectibles sammeln, sondern auch die ganzen Waffen-Upgrades, die ganzen Perk-Upgrades und so. Also das war schon, boah, mühselig. Plus dann noch ein bisschen Grinden, was man immer nebenbei muss, dass man die ganzen Waffen maxed. Und ich glaube, das ist in Doom-E-Töne noch extremer. Ich hatte Doom-E-Töne auch überlegt, direkt danach zu machen. Hatte auch irgendwie mit dem ersten Kapitel angefangen, aber habe gemerkt, nach 2016, das war jetzt erstmal genug Doom. Wie gesagt, ich fand es sehr spaßig. Ich finde, id Software ist absoluter Pionier. Was Performance aktuell angeht, also für PS3-Verhältnisse war natürlich immer performance-technisch COD richtig top. Also die haben ja wirklich sehr gute Framerates hinbekommen auf der 360 und der PS3. Und id Software ist da absolut super jetzt in Doom 2016 und Doom Eternal. Also zum Beispiel das PS5-Upgrade Doom Eternal. Wenn man da den 120-FPS-Modus spielt, hat man keinen einzigen Framedrop. Und das habe ich, glaube ich, noch in keinem einzigen Spiel bisher gesehen im 120-FPS-Modus. Ja, wie gesagt, und Doom Eternal ist halt noch extremer, was Collectibles und sonst was angeht. Und auch noch komplexer vom Combat. Das finden jetzt viele geil. Ich meine, für viele ist das auch die Essenz des Doom halt. Du brauchst die und die Waffe für den Gegner, die und die Waffe für den Gegner und so. Ich mag das halt einfach eher. Also ich habe Doom hauptsächlich spielen wollen, weil es Fast-Paced ist. Es ist auch in der Form Fast-Paced, dass man dauerhaft in Bewegung ist und jetzt nicht irgendwie in Deckung hockt, wie jetzt in einem Call of Duty auf Veteranen oder so. Aber vom reinen Movement-Speed ist man jetzt, also da finde ich zum Beispiel, vom reinen Gunplay würde ich jetzt persönlich schon eher sowas wie Wolfenstein, was zum Beispiel, glaube ich, auch in der gleichen Engine läuft, präferieren. Oder auch Titanfall, weil die waren auch sehr Fast-Paced, aber halt auch vom Movement. Und nicht einfach nur, weil man halt non-stop in Bewegung ist. Aber wie gesagt, Doom Eternal steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Dann kam jetzt letztens im Juli Black Tale Innocence auf PS5 in PlayStation Plus. Das war ja schon geleakt worden vor der E3. Ähm, auch wieder ein Game, was Zero-Unterschied quasi hat zu PS4 Pro Backwards-Compatibility. Sprich, es läuft... Ah doch, es hat schon einen Unterschied, und zwar 60 statt 30 FPS. Aber das hätte man auch easy theoretisch mit einem Patch für Backwards-Compatibility machen können, weil die PS4 Pro Version schon in 1440p lief. Und die PS5 Version läuft jetzt auch in 1440p. und, äh, ja, man hat letztendlich, ähm, ja, hat man schnellere Ladezeiten und 60 FPS statt 30. Das ist so der Unterschied. Auf der Xbox gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, die Framerate zu uncappen, aber dann ist es ziemlich unstable. Also, dann kann man halt, hat man halt dauerhaft irgendwas zwischen 60 und 120 FPS. Und das ist halt eine zu große Spannweite, selbst wenn man ein VAA-Display hat auf, ähm, auf der Xbox Series X oder so, dann sind die Schwankungen zu groß, dass VAA das ausgleichen könnte und man diese Schwankungen nicht sieht und es aussieht wie 120 FPS nonstop. Ähm, aber 120 FPS in so einem Game braucht man eh nicht. Also, 120 FPS ist für meiner Meinung nach eh nur was für Shooter. Ähm, in jedem anderen Bereich würde ich, glaube ich, also 60 finde ich schon überall wichtig. Also, ich glaube, die einzigen Games, wo ich 30 FPS akzeptieren könnte oder, sagen wir mal, vielleicht sogar wählen würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen besserer Grafik und 30 und schlechterer Grafik und 60, wären, glaube ich, diese interaktiven Filme. Also, sprich sowas wie Quantic Dream Games, sei es jetzt hier irgendwie Detroit, Heavy Rain und so, sowas geht auch in 30 FPS. Ich meine, das geht wahrscheinlich außerhalb der Quick Times sogar in 24 FPS, wie ein Kinofilm auch läuft. Ähm, ja. Aber wie gesagt, Black Tale auch eins der absoluten Highlights aus 2019, genauso wie Terminator. Ähm, und dementsprechend auch top. Und ich meine, für die Leute, die PS4-Version nicht hatten, ach so, hier auch übrigens wieder ein Fall, auch quasi Autop-Platin, die ich nicht gemacht habe, weil ich das Spiel nochmal spielen wollte. Ähm, aber für alle Leute, die PS Plus haben und die PS4-Version nicht kaufen wollten, nicht gekauft haben, wie auch immer, und jetzt die PS5-Version besitzen, Spiels absolut Highlight, also absolutes Top-Game. Ähm, dann habe ich Gravel gespielt, weil es irgendwie für 2,99 im Sale war und ich nochmal Bock auf ein Rennspiel hatte, obwohl ich so viele Rennspiele gespielt habe in letzter Zeit. Und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn das auch wieder nur 30 FPS sind und grafisch nicht so gut aussieht wie Wreckfest, muss ich sagen, fand ich das persönlich innerlich deutlich besser als Wreckfest, weil ich es einfach abwechslungsreicher fand und auch von den Strecken fand ich es cooler. Ganz klar, weil bei Wreckfest, die Strecken waren irgendwie öde und ich glaube, was halt Wreckfest so, was da so herausgestochen hat, waren halt diese Crash-Events, die fand ich aber ziemlich scheiße, das war so das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat in dem Game und die normalen Rennen, die fand ich halt in Gravel deutlich cooler. Ja. Und, ah ja, und als letztes, das habe ich spontan jetzt kürzlich gespielt, auch wenn ich noch kein einziges Game aus der langjährigen Reihe bisher vorher gespielt habe, Ratchet & Clank Rift Apart, eins der wenigen reinen PS5-Exklusives, also ich meine, reine PS5-Exklusives, Blood, äh, nicht Bloodborne, äh, Demon's Souls, ähm, Returnal und Ratchet & Clank Rift Apart, ich glaube, das sind die einzigen drei, die es gibt, ähm, und ich besitze ja auch durch, äh, dieses Play for Home und ich glaube, es war auch schon mal in, äh, Play at Home und ich glaube, das war auch sogar schon mal in, äh, PS Plus des 2016er Ratchet & Clank auf PS4, was ja letztes Jahr wiederum, oder dieses Jahr sogar, ich weiß es nicht, ähm, einen PS5-Backwards, Compatibility 60 FPS-Patch bekommen hat, sprich, das werde ich auch mal vielleicht ins Auge fassen und irgendwann spielen, ähm, aber diese Games werden irgendwann schon ein bisschen öde, weil die sind, also das ist halt die Definition von einem Casual-Game, ja, was halt jeder spielen kann, der auch, der mit Spielen überhaupt nichts am Hut hat und überhaupt keinen Skill hat, sag ich jetzt mal, ähm, aber die sind halt irgendwie vom Design und so fand ich das halt ziemlich cool und, ähm, ich mochte auch irgendwie dieses System mit, man schlägt alles kaputt und kriegt dadurch Cash und so, also ich meine, das ist ja quasi dann ähnlich wie mit den Stuts bei den Lego-Games und kann das dann nutzen, um seine Waffen aufzuwerten, etc. Also ich denke mal, das 2016er werde ich bestimmt noch irgendwann spielen, ähm, aber die PS3-Games werde ich nicht nachholen, weil die PS3-Games, glaube ich, sogar auch noch zeitintensiver sind als, äh, hier, also ich meine, Rift Apart ist mit Abstand das kürzeste und dann noch, äh, auch das 2016er ist, glaube ich, jetzt nicht so lang und, äh, wie gesagt, 60 FPS und die ganzen PS3-Ratchet & Clank laufen, glaube ich, nur in 30, das war ja damals so ein massiver Rückschritt, weil die ganzen PS2-Ratchet & Clank in 60 liefen, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist auch völlig overpriced für das, was man bekommt, also, ich meine, ich weiß zwar jetzt nicht, wie Leute da irgendwie Platin in 5 Stunden gemacht haben, die müssen ja richtig krank durchgezogen haben und überhaupt nichts Optionales gemacht haben, alle Cutscenes geskippt, gut, ich meine, das erwartet man auch irgendwo bei einem Speedrun, aber trotzdem kommt mir das sehr schnell vor, also ich habe, glaube ich, ziemlich genau so 15 Stunden gebraucht, aber ich habe das halt auch einigermaßen, äh, ausführlich gespielt, also ich habe, glaube ich, auch 100% In-Game, also Progress, ich habe jetzt nicht alle, ähm, Waffen-Upgrades gemacht, also nicht jede Waffe gemaxed, aber, ähm, schon alles so gemacht, was irgendwo ging, was ich so gesehen habe, äh, ja, was will ich jetzt noch gesagt haben, wie gesagt, 15 Stunden war das Ganze dann, aber 80 Euro für das Game, also Sony hat richtig den Arsch offen mit seinen Preisen für Exclusives, ich meine, Ghost of Tsushima kostet auch 80, äh, als Remaster, ja, also ich meine, absolut lächerlich, selbst wenn da jetzt irgendwie ein neuer DLC drin ist, im Wert von 20 Euro, ich finde, 60 Euro schon habe ich für ein Remaster, von einem einzelnen Game, ja, ähm, und ich meine, äh, aufgrund des DLCs kann man ja nicht mal gratis upgraden, selbst dann braucht man, muss man 20 Euro reinstecken, ja, das finde ich schon, finde ich schon heftig. So, an der Stelle muss ich jetzt eine neue Aufnahme beginnen, weil ich dieses Video tatsächlich schon vor einer Woche fertig hatte und tatsächlich jetzt noch drei Games dazugekommen sind, ähm, zwei davon, die quasi nur ein Game sind, seht ihr gerade schon im Gameplay, im Background, Formel 1 2021, das hatte ich quasi schon vorbereitet, ähm, als ich das Video, also als ich den ersten Teil des Videos aufgenommen habe, aber, ähm, ja, die, äh, es gab noch verbuggte Trophäen, die habe ich, äh, da noch nicht holen können, jeweils eine pro Version, dementsprechend habe ich jetzt Formel 1 2021 auch doppelt vorbereitet, ähm, war an sich relativ spaßig und abwechslungsreich, das Einzige, was wirklich genervt hat, also es hatte auch keinerlei Cross-Progression zwischen den Versionen, war, dass man 100 Online-Rennen fahren musste, das war ein bisschen grindy, da sind wir dann eben auf diese Best-Zeiten hier gegangen, die ihr hier im Background seht, und, äh, dann, äh, musste man noch 50 Stunden Track-Time haben und man hatte, wenn man alle anderen Trophäen fertig hatte, so 16, also wahrscheinlich so 20 bis 25 Stunden Play-Time und davon 16 Stunden, 15, 16 Stunden Track-Time, sprich, man musste dann pro jede Version nochmal 35 Stunden AFK irgendwie laufen lassen, das war ein bisschen unnötig, aber an sich war es ziemlich spaßig, kommt man auch beide Versionen optisch gut spielen, PS5-Version natürlich deutlich besser, Story-Modus eigentlich auch ganz okay, also weniger Cringe, als ich jetzt irgendwie erwartet hätte, bei so einem, ich sag's jetzt mal, The Journey-mäßigen, Story-Modus in Formel 1, und, als allerletztes, ähm, hab ich tatsächlich, das war eigentlich ganz lustig, dass ich eben die Stuts angesprochen habe, als Vergleich für die, für das Cash bei Ratchet & Clank, ich hab Lego Star Wars The Force Awakens vorbereitet, das hab ich damals, glaub ich sogar, ich weiß nicht, ob ich's gepreordert habe, aber zumindestens bei Release gekauft, 2016, und, ich hab nach wie vor die Meinung, dass es das schlechteste Lego Star Wars ist, von allen sechs, fünf, ne, fünf, ähm, aber, es war letztendlich doch noch ganz Spaß, und ich hatte irgendwie Bock nochmal auf ein Star Wars Game, und ich hab auch mittlerweile irgendwie wieder so Hype auf, ähm, The Rise of Skywalker, äh, oh, oh Gott, nein, ähm, auf, ähm, hier, Lego Star Wars The Skywalker Saga, weil ja quasi alle neun Filme drin sind, und ich schätze mal, also das war ja jetzt quasi in The Force Awakens auch schon so, dass man quasi auch Clone Wars und Rebels Charakterpacks hat, ich kann mir auch vorstellen, dass dann da vielleicht noch zusätzlich Content, das könnten sie ja noch ausweiten auf, äh, Rogue One, eventuell auch noch, ähm, Han Solo, äh, Mandalorian, Bad Batch, also diese ganzen Star Wars Serien, die haben ja natürlich auch noch viele Charaktere, die man irgendwie als Charakterpacks einbauen kann, ich mein, Season Pass ist ja glaube ich eh schon konfirmt, was nicht konfirmt ist, ist wann das Game kommt, ja, und, ähm, also ich hab an sich mega Bock drauf, ähm, weil man dann auch wieder mindestens sechs Filme hat, die einem gut gefallen, ja, ich hab das einfach bei The Force Awakens wieder gemerkt, ich spiel ja sowieso eigentlich nur Lego Games, wo ich zu der Vorlage, also sprich der Filmvorlage, einen Bezug habe, hab ich ja bei Star Wars zu allem, aber The Force Awakens, ich hab im, im Spiel wieder gemerkt, wie unfassbar scheiße ich den Film find, und hab mir dann daraufhin nochmal den Film angeguckt, nachdem ich das Game vorbereitet hab, und wurde einfach wieder bestätigt, also die Sequel-Trilogie ist einfach so scheiße, wenn The Force Awakens schon der beste Film ist, ähm, ja, aber wie gesagt, auf Episode 1 bis 6, quasi die Remakes hab ich Bock, weil sie ja gesagt haben, sie übernehmen nicht die Level 1 zu 1, wie in, äh, wie heißt's, wie in der kompletten Saga von 2007, wo quasi Episode 1 bis 6 schon drin war, ja, aber wie gesagt, so an sich, das ganze Lego-Prinzip ist natürlich immer, kann natürlich zwischendrin ermüdend sein, so Post-Level-Grind war, äh, Post, also sie kommen, am Ende der Grind war unnötig, vor allem haben wir jetzt die ganzen Lego-Games on Open World, das hatten die ganzen Lego-Star Wars-Teile vorher nicht, wird der neue auch haben, finde ich ja ja nicht so cool, ich meine gut, die Planeten aus der Skywalker-Saga, wenn da sowas wie Naboo und Tatooine und alles was dabei ist, würde mich das natürlich mehr ansprechen, als jetzt irgendwie, äh, Jakku oder Starkiller-Base und sowas, ich meine, die gibt's dann vielleicht auch noch zusätzlich, aber, also ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass man da, dass man da 50 Stunden reinbuttern darf, in, äh, in die Skywalker-Saga, aber wie gesagt, das, ähm, hatte ich jetzt noch fertig und jetzt ist es im Prinzip so, jetzt hätten wir auch schon wieder den alten Platintag-Rekord, quasi der Rekord war vor mir wieder eingestellt, 153 Games habe ich jetzt vorbereitet, ähm, also noch 99, oder noch ziemlich genau 100 und ich würde meinen eigenen Rekord brechen, ungefähr eine Quote jetzt mal gesehen, so von 50 Platins pro Jahr, sprich, dann bräuchte ich noch zwei Jahre, um wieder zu diesem Stand zu kommen, nur diesmal halt, nur mit krassen, oder was ist krassen, nur mit guten Games, mit keinen Müll-Games, als Füller, ähm, ich werde vielleicht auch noch mal dem nächsten Video machen, über die ganzen Spiele, die jetzt angekündigt sind, oder noch kommen werden, weil es ist irre, was noch alles an Content kommt, dieses Jahr, und eventuell auch Anfang nächstes Jahr, äh, Gerüchten zufolge teilweise auch, und, ähm, ja, ich denke mal, ich werde vielleicht auch noch ein, ein oder anderes Video zu Vanguard machen, beziehungsweise vielleicht habe ich es auch schon gemacht, zum Zeitpunkt, wo das Video hier online geht, müssen wir mal schauen, jetzt heute ist das Reveal-Event, mal reinschauen später, beziehungsweise ich glaube, ich habe keinen Bock auf das Event, und gucke einfach nur einen Trailer, ähm, ja, das war es soweit, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, bis dann, haut rein!